Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem Online-Versicherungslexikon. In diesem Video beschäftige ich mich mit dem Thema Kfz-Teilkaskoversicherung. Die Teilkaskoversicherung ist für diese Schäden da, für die man in der Regel selbst nichts kann. Wie zum Beispiel Glasbruch, Steinschlag in der Windschutzscheibe oder in den Heckscheiben, Glas geht kaputt, wird das von der Teilkaskoversicherung ersetzt. Einbruchdiebstahl, gegen lange Finger ist mein Auto versichert, sowohl die Beschädigung beim Einbruch selbst, aber auch das, was entwendet wird. Wichtig, es sind nur Fahrzeugbestandteile mit versichert, also die, die wirklich fest mit dem Auto verbunden sind, wie Radio oder eingebautes Navigationssystem, nicht die Jacke oder die Handtasche, die im Auto liegen bleibt. Was haben wir noch in der Teilkaskoversicherung? Tierschäden, wenn also zum Beispiel Wildschmeine oder Rehe, aber auch Hunde und Katzen überfahren werden und Schäden hinterlassen, wird das über die Teilkasko reguliert. Dann haben wir alles, was mit Feuer zu tun hat. Schlägt der Blitz ein oder der Motor fängt Feuer, all das sind Teilkaskoschäden. Natürlich sind Sturm- und auch Hagelschäden über die Teilkaskoversicherung regulierbar. Das waren die wichtigsten Dinge der Teilkaskoversicherung, sind noch ein paar Sachen mehr drin. Näheres könnt ihr in meinem Buch erfahren, Werte schaffen, Werte schützen oder wenn ihr Fragen habt, schickt mir einfach eine Nachricht. Ich beantworte natürlich alles gern. So, das war es auch wieder an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Stefan Faldig.